ja hallo zusammen das was er vorher im zeitraffer gesehen hat ist das ein stück dass ich aus meiner alten anlage nun herausgetrennt habe und dass ich ja verschenke ich zum euch das mal ran was ich herausgetrennt habe dass ihr vorher im zeitraffer gesehen habt das ist eigentlich eine treppe die runter führt in einen unterirdischen kleinen see mit einer tropfsteinhöhle ich zeige euch nachher zu macht das nachher noch mal heran und die ist auch die erstmal zu filmen zwei kleine lämpchen ellen der sagt drin beleuchtet von innen und im oberen teil von oben her gesehen sind dann noch waldarbeiter dann geht es hinten hinunter auf die andere seite das ist die rückseite das ist hier oben der obere teil den ich herausgebrochen habe klar beim heraustrennen kann es natürlich immer schäden geben das ist klar aber hier noch ein bisschen herangezogen das boot mit dem wasser und hier geht es dann hinauf die treppe da kann man sicher irgendwie ein gutes stück davon gebrauchen das könnt ihr noch haben dass ich nicht vergeben habe ok ich hoffe euch hat das video gefallen gerne ein like und kommentare ob er das gebrauchen könnt und wer mich noch nicht abonniert hat gerne abonnieren ok tschüss euer alex ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020